Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man eigentlich den Ikea Pax Netzdrahtkorb einbauen und somit den Komplimentdrahtkorb natürlich auch richtig am Schrank montieren kann. Wenn du Bock zu fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige den Einbau mal bei dem kleinen Korb und natürlich funktioniert das bei anderen Größen bzw. Varianten relativ ähnlich. Und zuerst sollten wir mal alle Bauteile ordentlich auf den Boden legen, dass wir natürlich auch einen schönen Überblick haben. Und im nächsten Schritt können wir auch schon diese zwei Plastikecken bei der Ecke am Netzdrahtkorb anbringen, wo die drei Löcher vorhanden sind. Und hier muss man eigentlich nur darauf achten, dass das immer zwei unterschiedliche Bauteile sind. Bedeutet, wir haben einmal hier die Ecke mit drei solchen Plastiknasen. Diese Plastiknasen müssen dann natürlich auch von oben in die drei Löcher hier hineinkommen. Und das Gegenstück, das muss ich jetzt von unten dagegen geben, so lange bis es auch klickt und somit fest an der Ecke ist. Dasselbe Spiel müssen wir natürlich auf der anderen Seite auch machen, wo wir nochmal diese drei Löcher haben. Unser Korb ist vorbereitet und jetzt können wir die Schienen auch schon auf die gewünschte Höhe mal in den Schrank einbauen. Hierfür am besten den Korb mal an die gewünschte Stelle halten, dann sehen wir auch, wie hoch wir das Ganze montieren müssen. Und hierfür brauchen wir am Ende jeweils drei Schrauben, die wir in unsere Schiene hineingeben können. Das Einzige, wo man eigentlich darauf achten muss, es gibt eine Schiene für links und eine Schiene für rechts. Normalerweise ist hier auch so eine Markierung noch mit einem L und einem R. Oder man hält sich das Ganze einfach mal so hin, dass danach das Rädchen auch bei unserem Schrank vorne ist. Und dann muss hier oben auf jeden Fall die offene Seite von der Schiene sein. Und die Schiene hier unten, die ist jetzt auch zu. Noch als kleiner Tipp, entweder wir drängen die Schrauben mit einem Schraubendreher hinein. Oder wir verwenden, wie ich zum Beispiel, einen Akkuschrauber, den ich gerne auf die Drehmomentstufe 5 für den Möbelaufbau stelle, dass einfach alle Schrauben gleichmäßig stark angezogen sind. Das einzige Problem hierbei ist, dass in der Mitte die Schraube doch relativ schlecht reingeht, weil die Schiene im Weg ist und da benötigen wir normalerweise dann doch wieder einen Schraubendreher, der hier vorne einfach relativ dünn ist. Die Schienen sitzen auf jeden Fall. Nun brauchen wir mal noch unseren Netzradkorb und müssen einfach schauen, dass diese Gummiecken nach vorne zeigen. Und die Gummiecken, die müssen jetzt auch bei der Schiene über unsere Rolle auf jeden Fall drüber. Danach den Korb etwas schief nach oben halten und wir können ihn auch schon richtig einfäden. Und somit haben wir jetzt auch schon den Ikea Pax Netzradkorb richtig eingebaut. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch seinen hochwertigen Akkuschrauber oder natürlich auch Netzradkörbe in den verschiedensten Varianten bzw. Größen zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.